Warum schreibt der Erste eigentlich immer GG in den Chat? Ja, solche Fragen und mehr, über die habe ich mir in letzter Zeit ziemlich viele Gedanken gemacht und die möchte ich heute mal mit euch ein bisschen erörtern und darauf eingehen. Yo Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Lost Aiming und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal und ich möchte heute mal so ein bisschen auf die aktuelle Situation oder eigentlich nicht wirklich aktuell, weil es schon länger, aber was mir in der letzten Zeit aufgefallen ist, als ich zurückgekommen bin zu Call of Duty, mit Call of Duty Black Ops 3, was jetzt YouTube angeht, noch Streamern habe ich ja vorher nie wirklich so krass gemacht, außer Advanced Warfare ein bisschen, aber jetzt natürlich im Vergleich eigentlich ziemlich aktiv unterwegs bin, ist mir aufgefallen, was viele immer gesagt haben von den, oh die blöde, die böse Call of Duty Community, ist mir aufgefallen, was eigentlich da teilweise so abgeht und einfach wie viele Leute im Internet da draußen gerade in Online-Shootern, das ist nicht nur First-Person-Shooter, das gibt es auch in MOBAs oder so, aber einfach nicht über den Tellerrand schauen und deswegen die Aussage, warum schreibt der Erste eigentlich immer GG in den Chat? Das ist mir nämlich letztens passiert, als ich in einem Game war, war am Schluss, Endscreen, Chat geht auf, einer schreibt GG. Guckt man sich in Score-Tab oder in Score-Board, also über Tab, sieht man, derjenige war Platz 1 im Gewinnerteam und dann hat da jemand gefragt, warum schreibt die Ersten eigentlich immer GG? Naja, ist doch ganz klar, sie sind Erster, haben scheinbar gut gespielt, haben mit ihrem Team gewonnen, schreiben GG, weil es einerseits eine nette Geste ist, auf der anderen Seite einfach nochmal bezeugt, hey, wir haben es gerissen, je nachdem, wie man es auffasst, ist nichts Schlimmes dabei, aber jemand fühlte sich da scheinbar gleich wieder dadurch angegriffen und musste mal nachfragen. Was mir ebenfalls heute sogar passiert ist, ist, dass ich auf einem Battlefield-Server, ich habe Battlefield mal wieder gespielt, in der ersten Runde gleich als Cheater bezeichnet wurde und ich mir nur dachte, wow, okay, lang, lang ist es her, als mir das passiert ist, ist mir in jedem Teil passiert, aber jetzt in Battlefield 4, nachdem ich ja längere Zeit nicht mehr gespielt habe, jetzt reingekommen bin, erste Runde, bam, gleich als Cheater bezeichnet, musste ich mir nur denken, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön für dieses Lob und die ein oder anderen wissen es vielleicht auch, ich war früher als Samariter unterwegs, gerade was Battlefield anging, wurde von vielen Servern geschmissen, von vielen Servern gebannt, habe dann echt versucht, einen Teamspeak auswendig zu machen, wo die drauf sind, also wenn es ein Clan war oder so und habe versucht, den klar zu machen, hey Leute, das ist ein Competitive-Spiel, also man spielt gegeneinander, Multiplayer. Es gibt immer tausend Leute, die sind besser als ihr, aber es gibt auch immer tausend Leute, die sind schlechter als ihr. Ich habe das halt ein bisschen runtergebrochen, damit es auch für den letzten Dödel einfach verständlich ist. Manche haben es kapiert, manche haben es nicht kapiert und da ist einfach der Punkt, wo ich sage, wow, viele Leute gucken echt nicht über den Tellerrand. Die denken immer, sie sind smarts aller Dinge, kriegen dann ordentlich einen vor das Boxhorn, weil sie einfach mal gegen Leute spielen, die halt dann doch besser sind als sie selbst und dann sind alle gleich Cheater, Hacker oder Sonstiges. Und diese Internet-Mentalität, die ist mir jetzt mit Call of Duty schon wieder enorm aufgefallen, weil der Flame da drin, der ist echt real, wow. Also ich würde nicht sagen, dass Battlefield 4 nicht anders ist, aber da habe ich meistens den Chat automatisch ausgeschalten. Wenn ich mal reinschaue, gibt es auch mal wieder irgendwo einen Flame mit Noob oder sonst was. Aber in Call of Duty geht es halt gleich richtig ab, da werden die Mütter beleidigt und da geht sonst was ab. Und immer diese Frage, yo, Shotgun-Noob, bist du für den Arsch? Gibt es ja überall. Der Nächste ist dann SMG-Noob, der Nächste ist Sniper-Faggot. Schlussendlich darfst du gar keine Waffen mehr spielen, weil du überall ein Noob bist, überall ein Faggot bist. Und ich stelle mir nur die Frage, als mittlerweile 29-Jähriger, der sich wie ein 19-Jähriger fühlt, bin ich nur mit 9-Jährigen in der Lobby oder was? Aber ich meine, das ist ein altes Thema, das kennt ihr da draußen wahrscheinlich selber schon seit Jahren und natürlich ist es nicht an mir vorbeigegangen. Aber ich muss echt sagen, so dieses Fähnchen, was Call of Duty immer mit sich gezogen hat von diesem Aspekt, boah, die COD-Kiddies, die gibt es, wie gesagt, überall, will ich gar nicht irgendwie verallgemeinen. Aber ich muss echt sagen, mit jetzt über, keine Ahnung, 12 Jahre Shooter-Erfahrung, das ist schon, das ist mir echt krass aufgefallen. Die gibt es in Call of Duty, die gibt es, wie gesagt, in Battlefield, die gibt es wahrscheinlich auch in Quake und in Team Fortress. Aber in Call of Duty ist es mir von Anhieb sehr, sehr extrem aufgefallen. Und Gott sei Dank habe ich natürlich die Voice-Activation-Scheiße aus, weil sonst hätten mich die Leute da noch wahrscheinlich völlig genervt mit ihrem irgendwelchen Gelaber. Aber dann in der Chat ist es teilweise echt toxic und da merke ich einfach, dass viele Leute, also wahrscheinlich auch viele Jüngere, ist ja schlimm, wenn es Ältere sind, die es einfach immer nur nicht checken und verstanden haben, aber viele Jüngere halt einfach immer denken, sie sind die oberkrassesten Ficker und wissen alles, was abgeht und dann sind sie es aber nicht. Und das ist traurig. Das ist einfach traurig. Und solche Leute lassen sich leider nicht belehren, aber ihr da draußen lasst euch belehren. Und deswegen möchte ich eure Meinung dazu einfach wissen. Was sagt ihr zu diesen Zuständen im Internet? Jugendliche, junge, ältere, erwachsene, uralte Gamer, die da draußen scheinbar nicht wirklich die Grenze kennen, selber sich nicht einschätzen können, was vielleicht das Skill angeht. Denn meistens geht es um das Skill. Meistens ist es so, dass man auf die Fresse bekommt, am Ragen ist, sich aufregt und den anderen einfach beleidigt, weil er irgendwie eine Shotgun spielt, man die ganze Zeit durch Shotgun stirbt. Wenn der andere dann aber irgendwie einen Assault Rifle nimmt, man trotzdem durch das Assault Rifle stirbt und es nicht unbedingt unter Shotgun liegt. Themen, 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 die schon lange im Internet unterwegs sind und auf die ich jetzt von euch gerne Antwort haben möchte. Was haltet ihr von der ganzen Thematik? Habt ihr das selbst erlebt? Was meint ihr dazu? Schreibt es unten mal in die Kommentare rein. Und wenn ihr zukünftig mal den ein oder anderen kurzen Short-Real-Talk hier auf meinem Kanal haben wollt zu solchen Themen, dann lasst einen Daumen nach oben da oder eben einen Daumen nach unten. In diesem Sinne kann ich nur sagen, war euer Ziel immer im Auge, haut das Abo rein. Ich bin erstmal raus, euer Lost.